Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Minecraft Adventure Maps mit mir, ToyWolpe, mit dabei ist der BRDZLP. Hi. Und wir spielen hier heute als kleines Special die Map vom Alex und vom Mark, die die nur für uns gebaut haben. Ebenso haben wir eine für die gebaut, die die beiden dann durchspielen werden. Ähm, ja, ich lese einfach mal vor, herzlich willkommen zu unserer selbstgebauten Adventure Map, lass mich kurz erklären, wir wollen dich zu Tode trollen, okay, nett. Äh, damit dir nicht zu langweilig wird, ist hier auch schon der erste Sprung, danach kommst du auch gleich in den nächsten Raum mit den wichtigsten Regeln, also gib nicht auf, wir sehen uns im nächsten Raum. Good luck and have fun, bye, Relics for the Shock LP und Mavi 0701, Mavi LP, ja. Okay, dann... Challenge 1, der Anfang. Ich mach mal. Wow. Lol. Wie hast du das gemacht? Oh. Ich lebe. Du nicht. Ah, doch, du auch. Ja. Du hast gebrannt und hast dich das getraut, noch durchzurennen. Oh, der Psycho. Ne, ne, ich mach hier eher einen auf. Okay, ich hab mal schnell Nacht gemacht. Und im Bett kann man nicht schlafen. Äh, ne, im Bett kann man nicht schlafen. Hä, es ist... Achso, doch, klar, 12 Uhr vormittags ist hier irgendwie... Komm, schnell, schnell, schnell. So. Ähm. Ja, du müsstest mal... Äh, ist noch Nacht? Ja. Lies einfach mal die Regeln vor, während ich noch brenne. Kein Kreativmodus, nichts überspringen, erst nach 30 Minuten, wenn du es nicht schaffst. Äh, äh, 30 Minuten werden wir bestimmt warten bei jedem Sprung oder bei jeder Challenge. Mhm. Keine Mods, Flyhack, etc. Ne, machen wir nicht. Äh, Spiel auf Peaceful und Trollen ist natürlich erlaubt. Du darfst zwischen Nacht und Tag wechseln. Jeder Sprung ist machbar. Wenig Spaß. Nein, viel Spaß. Das wird heiß. Mach du, du bist eben auch vorgesprungen und hast es geschafft, also mach du. Ja, hier sind leider. Muss man hier nicht vorne hinspringen, ne, okay, gut, ja, ich glaub dir, ah ja. Hö, 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 trollolololololololololol. Ja, aber ich hab diese Sprünge, seit ich an unserer Map da gebaut habe, einigermaßen gelernt. Alles nur eine Sache der Übung. Alles nur eine Sache der Übung. Leute, ich hab's. Oh man. Let's try here. Und schon bin ich wieder voll hinten dran. Ich mach mir mal Game Mode. Ja, hoffentlich brauch, wahrscheinlich, ne, du bist schon drin. Ich dachte, hoffentlich brauchst du länger den zu aktivieren, dann bin ich schon durch. Lol. Oh, die da unten hab ich gar nicht gesehen. Schön. Boah. Jawohl. Ja, haben wir gut. Ich hab's. Jawohl. Ist ja nice. Checkpoint. Ah, ne, da ist Glas. Das sieht man mit Connected Textures nicht so gut. Äh, jo, ist sogar noch Nacht. Bett gesetzt und weiter geht's. Um die Ecke. Dann fang du diesmal an. Ja, warte. Moment. Moment, lass ich erstmal kurz gucken. Ah, okay, ja. Ich weiß, was ich mein. Eckensprünge. Ja, die super tollsten Sprünge der Welt. Aber die sind gar nicht mehr so schlimm. Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie hab ich das gelernt. Lol. Ah, ja. Ja, ja. Aua. Oh. Moment. Ja, klar. Dann die andere Seite. Ey, mal bei dem letzten Ecksprung. Mann, bei mir ruft jemand an. Ich will mal ganz kurz weg. Okay. Ah, ich kann ihn jetzt irgendwo runterschubsen. Er ist schon ganz am Boden. Na. Oh, ja. Mhm. Die sind schlimmer als die hier, die ich eben gemacht hab. Schauen, ob ich das schaffe. Jawoll. Man könnte ja meinen, ich bin zum Adventure Map Pro geworden. Au. Ja, gut. Da hätt ich wahrscheinlich treffen sollen. Nicht nur wahrscheinlich. Nicht das Feuer ausmachen. Ja, ich warte jetzt trotzdem. Ach, da hinten steht schon wieder Challenge. Was steht denn da für eine Nummer? Vier, ne? Ja, auf vier. Äh, ich warte jetzt hier trotzdem mal auf den Pascal. Und bleibe hier stehen. Unterbreche kurz die Aufnahme. Und wenn er wieder da ist, mach die Aufnahme wieder an. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ging ganz, ganz schnell. Fünf Sekunden oder sowas. Ähm, ja. Ich hab jetzt hier unten auf dich gewartet, weil ich die nächste Challenge noch nicht anfangen wollte ohne dich. Ja. Nett wie ich bin. Ich bin nicht auch nett. Äh, ja. Äh, Game Mode. Ich weiß nicht, welche Plugins hier installiert sind. Ich lass es jetzt erst mal. Ich schau einfach, wenn du gleich hier so episch rausgesprungen kommst. Hoffentlich. Irgendwann. Ja, da bist du. Warte kurz, warte kurz. Ich muss eine super Position suchen. Jetzt kannst du springen. Jetzt bin ich wieder zurück auf den Zaun. Okay, ich muss da rein. Voll gut. Da unten steht LOL. Wo? Ah, das hab ich nicht mal gesehen. Ja, da steht LOL. Hm, cool. Nicht das Feuer ausmachen, okay. Soll ich wieder, oder willst du? Mach du. Ja, klar. Man fängt natürlich trotzdem an zu brennen. In den Nether. Aua. Aua. Ist das jetzt ein Labyrinth? Ja, super. Ne, hier nicht. Spring mal nicht über den Lavabecken da. Lavabecken? Hier, ne, hier ist das XD. Jo, da schon. The fuck? Äh. Ja, ich... Oh, Mann. Warte mal, waren da keine Betten? Warte, da ist ein Checkpoint. Hier ist ein Checkpoint. So. Moment. Jo? Ja. Vorsicht. Wir sind jetzt aber nicht wirklich im Nether, ne? War ja kein Portal. Zack. Ne, nur weil, äh... Naja, wenn man wirklich im Nether ist, ist das mit den Betten so. Kind of a problem. Hä? Hä? Ja, egal. Soll das so sein? Ich hab keine Ahnung. Also ich bezweifle, dass hier die Treppe sein soll. Aber okay, die wird dann... Lol, scheiße. Äh. Wahrscheinlich von den beiden netten Map-Erstellern das nächste Mal weggemacht. Lol. Nein, nein, nein. Die sterben. Ich denke mal nicht, dass das sollte, aber... Ich hab die erst gebraucht, um die Maps zu testen oder so. Weil die selber zu schlecht waren. Bei mir brennst du gar nicht. Ich brenne bei mir aber. Jetzt warte ich noch, bis ich volles Leben hab. So, ja, gut. Oh. Oh, ja, jetzt genau. Mit Ding hier über der Decke. Äh, mit Decke überm Kopf. Oh. Wie schafft man diesen komischen Leitersprung, äh, diesen, ähm, Fenssprung da? Zaunsprung. Ich muss rennen und springen. Ja, ist mir schon klar. Aber wann renne ich und wann springe ich? Erst rennen und dann springen. Ja. Lol. Was war da? Nein. Fuck. Ich hoffe, da kommt kein A-A-A mehr. Ah, ja. Ja. Ob du ja, wo du machst, was? Nein, ich komm ja nicht hoch. Mist. Ach, diese blöden 1,5 Blöcke Höhlen. Höhlen vor allem. Hohen Blöcke. Boah, wieso brenne ich denn hier schon wieder? Das kann doch gar nicht sein, dass... Als ob ich in die Lava gelaufen wäre. Und er macht das hier jetzt bestimmt. Nein. Nein, er hat auch nicht geschafft. Da bin ich froh, dass du auch mal... Lol. Dass du auch mal ein bisschen schweifst. Aber das hier ist schon schwerer als der Rest gerade. Oh, ich vergesse immer das da. Schwerer, schwerer als die, äh, wie viel, eine, zwei Challenges davor. Aber gut, wäre ja auch schlecht, wenn sie es nicht steigern würde. Nein. Ah, hör auf, hör auf. Ja, okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Auf zum Rennen hier. Mann, Mann, Mann. Eben war ich zu kurz, also muss ich mehr... Rennen! Ja, klar. Hast du's? Sieht nicht so aus, oder? Shit. Shit! 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 Ich hab' dir eben ganz kurz durch die Wand gesehen. Ich war über dir. Ey, ich spring da immer drüber. Ey, kann man nicht direkt auf den zweiten drauf springen? Ey, du hast ne Decke überm Kopf, von daher ich glaube nicht, nein. Da mein' ich zwar gar nicht. Ach, du, jetzt hier? Oh, fuck! Vorsicht, hier kannst du, naja. Ist jetzt irgendwie ärgerlich, dass du da jetzt stehst. Du müsstest hinten rechts in die Ecke. Danke. Ja, man kommt drauf. Wenn man, wenn man richtig weit springt, kommt man drauf. Aber ich war zu zögerlich. Ja, ich hab's. Pass auf den Spuck da. Fuck! Boah, guck mal. Warte, warte, warte. Oh Gott. Bin ich hier eben fast zweimal an der Seite runtergefallen. Warte kurz. Mwah. Warte noch einen Moment. Ich mach das jetzt. Was denn? Ja, hier, über die Lava. Guck mal. Warte. Ja, ich seh ja gerade nichts. Bin der hier. Dauernd rot, ja. Über diese Lava hier. Oh ne, oder? Boah. Wie viele Herzen hast du noch? Ich hab nur drei. Aber ich bin auch nicht gesprungen. Ich glaub, wenn man springt, ich glaub, man hat mit weniger Herzen Verlust. Okay. Ja, dann, äh, muss jetzt nur noch ich das hier schaffen. Boah, ich bin doch auch... Lol. Wie ist denn das noch geschafft? Wie ist denn das noch nicht gesprungen in die Tür? Wie ist denn das noch nicht gesprungen in die Tür? Ja, hm. No, man, oh. So, ich bin jetzt wieder hier. Komm, geht er hoch, geht er hoch? Ja, ein Herz. Was ist? Nein, nein, ich hab mir gesagt, nicht sterben. Habe ich jetzt nämlich keine Lust drauf. Das ist eindeutig eine sehr schwere... Abs, gut. Ja, super. Ich warte mal hier. Ja, den hier schaff ich nur jeden fünften Versuch oder so. Ja, jetzt aber mal endlich. Ich hab mir mal Game-Mod gemacht. Ja, mhm, 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 klar. Immer locker bleiben, Teuro. Ja, 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 ja. Ich raste nicht aus wegen der komischen Merk. Boah, schon wieder zu kurz. Ich glaube, der hat jetzt irgendwie so eine Verarsche, dass man denkt, man muss da unten reinspringen. Warte mal, ist da was? Nein. Wo rein? Unten, wo ich jetzt bin. Was soll ich da sein? Ich will, ich... Soll ich hier eine Verarsche sein, dass man hier denkt, man muss da runterspringen. Aha. Mann. Ja, es kann auch einen Moment dauern hier bei mir. Ja. Aber kein Problem, wir haben ja unendlich viel Festplattenplatz und... Na, Mann! So, man kann hier raus gucken. Raus? Wohin? Ja, hier in dem nächsten Raum kann man da draußen gucken, wegen Eis. Ja, da wäre ich jetzt gerne. Bei mir ist eher so das genaue Gegenteil. Mhm. 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 Und da kann man auf den anderen direkt. Ja. Sollte ich es versuchen oder nicht?